Reich und glücklich werden mit Ferienimmobilien. Wie ist das möglich? Wir, damit meine ich mich, Thomas Langenberg und Jürgen, den Gründer von Immobilienscout, wir fragen uns immer wieder und sind immer wieder verblüfft, wie es Immobilieninvestoren, die in Ferienimmobilien investieren, schaffen, in nur 6 Monaten, in nur kurzen 6 Monaten, ein 5-stelliges Euro-Einkommen damit zu erwirtschaften. Das hat uns so begeistert, das hat uns so verblüfft, dass wir gesagt haben, wir wollen das auch ausprobieren. Das kann gar nicht sein, dass wir das nicht auch schaffen. Warum haben wir das beschlossen? Wir haben uns letztes Jahr im Sommer in Kroatien auf einem Campingplatz per Zufall getroffen und haben gesagt, es ist so schön hier, es gibt hier so tolle Objekte und es ist gleichzeitig so viel Nachfrage, Mietnachfrage in Ferienzeiten da, dass wir gesagt haben, kroatische Preise einkaufen, zu deutschen Preisen vermieten, da muss es möglich sein, Geld zu verdienen. Und auf diese Reise haben wir uns gemacht und auf diese Reise möchten wir euch mitnehmen, was haben wir gelernt, was haben wir uns angeschaut, wie haben wir Objekte gekauft, wie haben wir entschieden, welche zu kaufen werden, wie hat die Vermietung funktioniert und wie viel Geld haben wir damit verdient. Macht es Sinn, in Ferienimmobilien zu investieren und damit emotionale und finanzielle Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben und die ihr vielleicht euch steckt. Wenn ihr Lust habt, diesem Weg zu folgen, unserem Weg zu folgen, einfach zu lernen, dann tragt doch einfach hier kurz eure E-Mail ein und wir nehmen euch mit, wir informieren euch, wir teilen unsere Geschichten, wir teilen unsere Tools mit euch, wo wir einfach sagen, was haben wir gelernt, was sind die Best Practices gewesen, wie können wir euch helfen, mit unseren Erlebnissen glücklich und erfolgreich zu werden beim Thema Investment in Ferienimmobilien. Also wenn ihr Lust habt, dann tragt euch einfach ein und wir würden uns freuen, euch in unserer Community begrüßen zu dürfen und euch dabei zu helfen, eure finanziellen und emotionalen Ziele für die Zukunft zu erreichen. In diesem Sinne, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Euer Thomas.